Heyo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Enhanced Edition! Naja, ich glaube, ich soll es einfach normal Minecraft nennen. Einfach nur mit zwei, drei anderen Mods. Ich wollte das folgende machen. Hier das rein. Das dazu. Damit dürften wir schon mal ein bisschen mehr Spaß haben. Jetzt brauche ich ein wenig mehr Holz, weil wir haben viel, 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 viel zu wenig. Und, naja, was passiert, wenn man viel, 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 viel zu wenig hat? Dann hat man ein paar Probleme. Deshalb nehme ich den auseinander. Timber! Baumfeld! Oder so ähnlich. Elf Holz ist immerhin genug für hoffentlich einen guten Schwung. Und dann sollten wir schauen, dass wir mal die Resin-Sachen hier aufstocken. Einerseits brauche ich mal ein Crafting-Table in dem Haus. Jedes Haus von mir muss ein Crafting-Table haben. Das ist notwendig. Und dann schaue ich mal, dass ich hier das gleiche ungefähr baue, wie auf der anderen Seite. Wir werden später natürlich deutlich besser designte Häuser bauen, als im Moment. Im Moment geht es einfach nur darum, so ein grundlegendes Haus zu haben, dass es einfach so funktioniert. Das ist jetzt natürlich interessant. Hauen die Zombies-Türen auch ein, die seitlich stehen? Weil dann... Hm. Ne, ich glaube, die Logik... Ach, ich habe keine Ahnung. Ansonsten baue ich die nämlich so hin. Und öffne die. Das heißt, wir haben jetzt zwei Türen. Die eine ist zu und die andere ist offen. Laut Minecraft-Logik. Werden wir herausfinden, experimentell bestätigt. Also... Kann sich ja kein Mensch beschweren, dass wir irgendwie leichtsinnig wären, wenig Arbeit machen würden oder sonst was. Hm, hier gehört ein Leuchtturm hin. Das wäre leichter... Naja, das ist nur ein C, da braucht man nix. Oh, nicht sollten mehr Papier farmen. Das heißt, wir pflanzen eindeutig noch mehr von dem Zeug an. Von dem Sugarcane. Oder Reed, wie es früher hieß. Ähm... Ja. Dann... Oh, hier drüben habe ich ja angefangen gehabt. Da komme ich nur leider nicht hoch. Das heißt, einmal Hochboden bauen. Wir vielleicht sind voll. So. Wir werden sehr, sehr viel von diesem Birkenholz brauchen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Halt! Der kommt weg. Stattdessen... Genau. Komme ich da hin? Ja. Einmal hier hin. Hier hin. Hier hin. Und dann hier hin. Dann da hin. Da hin. Da hin. Achja, und das sieht komisch aus. Äh, deshalb wird das obere Ding hier wegkommen und stattdessen so ein kleines Dreierding machen. Ich werde das öfters machen, dass ich so ein bisschen versuche, so Dächer so wenig rund zu machen. Nicht wirklich rund, aber so leicht. Das sieht, finde ich, einfach angenehmer aus, als wenn das so extrem gewesen wäre. Ich finde, dieses Kreuz passt einfach rein in das System. Oh, ich sollte vielleicht nicht so unachtsam sein, sonst sterbe ich gleich wieder. Vor allem mit den Zombies hier rund um mich. Hier rum. Und ich werde natürlich erstmal anfangen, alles abzuholzen und später nachzupflanzen. Wir werden natürlich schauen, dass wir später mal die Sachen Vanillamäßig so weit wie es geht zu automatisieren. Und dann eventuell, ja, Steve's Cards hat den Nachteil, dass es bis man Galget Dorian Sachen baut, unglaublich teuer ist. Weil nebenbei man merkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das Rezept dazu ist, weil ich keine Indie habe. Aber, äh, es ist ja egal. Ich kann die Sachen immer nachschauen, wenn ich brauche. Im Moment brauchen wir sowieso noch nichts. Im Moment wollen wir einfach nur ganz gemütlich Minecraft starten. So. Okay, damit haben wir die Sachen. Schön. Stimmt, wir haben auch nicht die Möglichkeit, irgendwas in größeren Mengen zu lagern. Ah, doch, 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 natürlich, wir werden richtig... Ja, ich habe... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gut. Das war genug gespoilert für einen Augenblick. Jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir unser Haus fertig kriegen. Könnte ich mal irgendwas zu essen finden? Hier ist leider kein Village in der Nähe, das ist schade. Boah, ich habe mir so viel Mühe gegeben und trotzdem werde ich verhungern. Ja, das Problem ist, ich neige dazu einfach Sachen viel zu... äh, mein ganzes... meine Nahrungsmittel zu verbrauchen, wenn sie nicht notwendig sind. Und... Na gut. Hier sind wenig Tiere, das ist das Blöde. Sehr, sehr wenig Tiere sogar. Irgendwärts recht, wenn hier ein paar Sachen auftauchen würden. Natürlich, wir können die Tiere nachher, sobald wir ein bisschen Slime haben, und Spinnen und sowas, können wir die herführen, aber es ist trotzdem doof. Hm. Wow, schau dich nur den Wald an. Das sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und hier ist es auch richtig schön flach und eben alles. Das ist super. Weil ich da einfach gut bauen kann dann. Dann brauche ich nicht so viel Gelände-Terraform. Was ziemlich langweilig ist, muss ich zugeben. Weil man einfach nur stundenlang Tag und Nacht... äh, da rum bastelt. Da hinten ist ein, äh... Dings? Ist das richtig? Ja, da können wir Slimes jagen. Das ist gut, dann können wir nämlich da die Dings holen. Sehr, sehr gut. Da können wir vielleicht sogar eine Slime-Farm aufmachen. Wir werden schauen, was ich da machen lässt. Aber im Normalfall gibt es irgendwo Slimes. Und die müssen wir dann finden und aufspüren und so weiter. Aber im Moment habe ich nicht die Rüstung dafür, und deshalb sollte ich schauen, dass ich schleunigst zurückkomme zu den Sachen, wo ich war, dass ich meine Sachen habe. Es wird Nacht und das kann ich nicht ertragen. Oh, es gibt ein paar Schweine in der Nähe, aber die hole ich mir morgen. Am nächsten Tag. Weil... Weil ich meine Ressourcen nicht verlieren will. Sagen wir es mal auf Deutsch. Klassisch im Hochdeutsch. Oder so gut wie Hochdeutsch. Ein bisschen Bayerisch. Es slipped dann doch manchmal durch. Oder ein bisschen Englisch. Einfach so. Das eine aus Gewohnheit. Das andere einfach wegen der Bedingungen drumherum. Es ist ein 9x9. Das sieht so ein bisschen danach aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es ist ein 9x9. Tut mir leid, Leute. Au. Ich muss meine Sachen lagern. Und zwar dringendst. Muss ich mich beeilen. Weil schwer heißt, wir werden verhungern. Zwangsläufig. Hardcore hieße, dass wir inzwischen schon 3,4 mal tot gewesen wären. Das und das gehören da rein. Das String tue ich mal nach oben. Das Holz kann ich mal hier rein tun. Das ist Baumaterial. Wir werden natürlich später mal die ganze Sache ein bisschen anders machen. Jetzt baue ich noch mal eine Kiste. Das wird alles Zeugs, was ich in der Hand habe. Und damit haben wir das schon mal gesichert. Weil ich brauche mir jetzt nicht wirklich viel vormachen. Überleben werden wir das nicht. So. Schön. Ich werde natürlich später den Spawnfeld im Haus haben. Das hätte ich natürlich auch so machen können. Aber... Naja. Holy Creeper. Gut, dass das nicht meine Darkness Draft Creeper sind. Weil die wären nämlich Heat Seeking. Auch wenn ich sagen muss, dass der Mod leider nie wirklich ausgeprägt worden ist. Aber er war cool. So. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7. Und dann brauche ich Baumaterial auf das hier. Und der Rest ist dann egal. Das einzige was hier hingehört, wäre natürlich normalerweise Nahrung. Also, Door Seeking Creeper habe ich mir da überlegt. Das heißt, die suchen nach Türen und explodieren in der Nähe von denen. Die Firma 3. Okay. Ein Anfang. Immer ein... Ein Anfang. Ich sollte mich hier natürlich auch mal ein bisschen abschirmen. Das werde ich nachher machen, indem ich das folgende mache. Nämlich... Einfach einen weiteren Raum mache. Leiter nach oben. Ende. Dann haben wir hier eine schöne Mine und dann... Stimmt. Inzwischen sollten die gecheckt haben, ob sie gedingst sind. Reicht mir das an Höhe? Ich werde noch eins höher gehen. Okay. Und dann... Gerade runter. Das heißt, im Normfall 1, 2, 3, 4, 5. 5 sollte genügen. 5 hoch, 3 breit. Obwohl ich natürlich 5x5 machen könnte. Aber ich denke, das ist eine zu große Verschwendung am Anfang. Obwohl... Naja, im Grunde ist es egal. Nur dann brauchen wir fast auf beiden Seiten fackeln. Und das ist dann doof. Ja, ich mache einen kleinen Minenschacht. Übrigens eine mit... Also... Minen werde ich... Äh... Relativ viel. Sagen wir es mal so. Aber... Ja. Wir werden schauen, dass wir vor allem immer wieder mal abwechseln machen. Mal ein bisschen überirdisch. Ein bisschen unterirdisch. Ein bisschen überirdisch. Ein bisschen unterirdisch. Ein bisschen unterirdisch. Und so weiter und so fort. Und natürlich, dass wir irgendwann schauen, dass wir einen Endement fahren bauen. Fahren. Ja. Fahren bauen. 49 ist eine ordentliche Höhe. Da kann man schon mal Eisen finden. Also, alles unter 64 kann man, glaube ich, Eisen finden. Oh, Gravel. Wie vielversprechend. Oh, welch traurig Anblick mir entgegenschreit. Äh... Ja. Man muss einfach sagen, der Gravel sieht schrecklich aus. Früher gab es mal einen, der sah richtig gut aus. Und in vielen Ressourcen-Packs, viele waren es Texture-Packs, gab es auch die gut aussehende... Ähm... Richtig gut aussehenden Gravel. Zwischen leider nicht mehr. Oder doch. Ja, aber die sind noch nicht geupdatet. Und wir nutzen halt ein bisschen die Vanillas noch nicht. Warum muss das so schauriger... Warum haben sie den Gravel so komisch gemacht? Ja, viel, 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 viel besser früher. Hm, hm, hm. Naja. Wir nehmen einfach mal das ganze Zeug hier mit. Eventuell ein wenig Flint mitnehmen, um Pfeile herzustellen. Sobald wir mal Fehlern haben. Aber dazu müssen erstmal ein paar Chicken Fehlern lassen. Und so wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir eine automatische Chicken Farm hätten. Wir werden später einen bauen. Und dafür werde ich nicht mal einen Mod brauchen. Außer man nimmt Hopper von Buildcraft als Mod, die Minecraft übernommen hat. Mojang übernommen hat. Aber das ist ja auch wieder was anderes. Auch wenn die inzwischen Ques heißen und Buildcraft hier nicht drauf ist. Das ist schließlich keine Tech-Instanz. Das ist einfach ne... Naja, mal von... Die einzigste Tech-Sache, die drin ist. Ich zugeben muss, dass drin ist, ist natürlich die andere da. Ja, ist... Steve's Cards. Und das fand ich einfach cool. Ein Vanilla-Feature. Natürlich die ganzen Crops. Aber... Crops gehören einfach dazu. Da hat man ein bisschen mehr... Da kann man einfach viel coolere Fahnen bauen, wenn man einfach mehr als eine bauen kann. Hey, diese Farm baut Weizen an. Hey, diese Farm baut das selber an. Diese auch und diese auch. Dann kann man halt wirklich einzelne Felder machen. Die eine Farm baut das an. Die nächste das. Die nächste das. So. Man kann so ein bisschen mehr in Richtung Harvesten gehen. Vom Feeling hier. Was höre ich da? Forest. Okay, das heißt wir werden hier auf jeden Fall keinen Silberfischen begegnen. Aber das Geräusch irritiert mich. Nicht das Zombie-Geräusch. Das andere. Dieses Schlurfen. Das ist ungewohnt. Ungewöhnlich und schlecht. Ja, ich denke wir könnten eigentlich am nächsten Tag entweder das Haus bauen. Was und wovor wir noch nicht genug Ressourcen haben. Oder wir könnten versuchen ein paar der Tiere zu finden. Und so weiter. Wo ist eigentlich meine Schere hin? Habe ich die weggelagert? Ah ja, Inventory Tweaks. Du bist mein Freund. Habe ich meine Schere weggelagert? Oder ist die verloren gegangen? Wenn ich sie verloren habe, muss ich mich aufregen. Wenn nicht, dann passt's. Ähm, da ist sie doch. Gut. Irgendwas macht komische Geräusche. Ja, dieses Geräusch. Irritierend. Stark irritierend. Egal, wir wollen weiter. Bis jetzt haben wir noch keine Ressourcen gefunden. Natürlich in einer gemoddeten Version findet man deutlich mehr Ressourcen als in einer nicht gemoddeten Version. Also, je mehr Bies kann man das Stück hier nicht meinen, ohne 83 Erze gefunden zu haben. Weil man einfach so viel auch hat. Beziehungsweise auch die natürlichen vermehrt werden, wenn man bestimmte Sachen hat. Wie Thermal Expansion zum Beispiel erhöht das. Und naja. Es ist schon cool. Dunkel war's, der Mond schien, helle Schnee lag auf der blauen Flur. Okay, ich übertreib mal wieder. Ach, wohne. Ich übertreib ja niemals und gar nicht. Und nicht mal absolut extrem. Ah, stimmt. Ich bin ja froh, dass der Polizist gestern die Aussage selbst geschrieben hat. Also, geschrieben hat. Und nicht ich selbst. Weil sonst wäre das wieder schwierig. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich war ja gestern bei der Polizeistelle. Weil ich letztens bei einem Unfall bin ich direkt im Drangestanden. Äh, naja. Muss ich jetzt auch eine Aussage machen. Wie das schlimm ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Wartezeiten gibt. Aber, boah, das dauert ewig, weil ständig irgendwas los war. Hat aber nicht so viel gemacht. Ich habe sowieso meine Zeit gehabt. Demnach kein Problem. Oh ja, mein Glas wollte ich mitnehmen. Mein Gas wollte ich mitnehmen. Hehehehe. Ähm, hm. Ich hoffe, dass wir demnächst mal ein anständiges Feld bauen können. Ich glaube, Hardcore muss man doch fast in der Nähe von einem Village starten, dass man das überleben kann. Oder mit richtig vielen Tieren in der Nähe. Aber gut. Wer es gern zockt, spielt gern Hardcore. Ich bleibe lieber beim Softcore. Schlimm, ich habe noch keinen Creeper explodieren lassen. Aber wir haben uns an meine typische Sache gehalten, nämlich nach der ersten Nacht gleich TNT zu bauen. Also, das habe ich damals in meinem allerersten Let's Play von Minecraft. Let's Play Nummer 5 war, wenn ich was 3 und 4 waren. Ich weiß, dass das erste war Need for Speed Carbon. Das zweite war BOW. 3 und 4, keine Ahnung. Das fünfte ist Minecraft. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, die durchzunummerieren. Ähm, aber das habe ich auch ziemlich abgeschossen, indem ich einen Mord installiert habe. Ich würde nicht mehr installieren. Also, außer ich mache direkt einen Mord in der Let's Play Jahre. Ansonsten würde ich das nie in eine normale Instanz rein tun, weil es einfach so laggy ist. Natürlich mit extra Biomes geht es, weil die nämlich nur in den Standard Biomes spawnen. Und dann ist es akzeptabel. Aber normalerweise würde ich sagen, Finger weg davon. Das andere ist dann voller. Gibt es hier in den Inseln? Das wäre auch mal interessant. Oh, es ist Tag. Wir müssen erstmal schauen nach unseren Pflanzen. Ob die noch alle gewässert sind. Und dann schauen wir mal weiter. Ich höre Gegner. Sind Erdbeeren? Ich weiß, was da drauf bleibt oder was ich nachpflanzen muss. Ja, das hätte ich mir schenken können. Das eine fällt da. Bis es dauert noch, bis es soweit ist. Hey, Creeper. Ja, ich würde fast sagen, wir sollten nochmal ein bisschen Holz sammeln. Und vor der Nacht zurück sein, weil sonst haben wir nämlich statt einem Feld ein vertrocknetes Feld. Schaut, dass man das nicht drüber erwässern kann. Okay. Ähm. Wie sieht immer noch dieses Geräusch? Äh. Wo ich immer noch nicht weiß, von welchem Mob das kommt. Es muss ja von einem Mob kommen, von was und sonst. Aber, naja. Schauen wir da später nach. Für den Anfang, Schwert in die Hand und nach dem Tier gesucht. Eigentlich werden wir natürlich mit den Schiers in der Hand das lieber. Und wir werden natürlich in sehr... Wir werden später auch ein paar Bäume einfach mit Schiers niedermetzeln. Einfach nur so. Weil es Spaß macht. Okay. Hi, Pig. Piggy Piggy. So, ich brauche einfach ein bisschen Fleisch, sonst überlebe ich das nicht, bis meine Sachen reif sind. Später werden wir schön vegetarisch werden, schätze ich mal. So viele Möglichkeiten, wie wir haben. Aber im Moment können wir noch nicht so viel dagegen machen. Da hinten sind ein paar Pilze, die könnte ich mir mal aneignen. Oh, ein Chicken. Mehrere Chicken sogar. Sehr, sehr viele Chicken sogar. Ich hätte ja gern von denen das folgende gehabt. Ähm. Ahja. Dass ich ein Animal Pan bauen kann. Aber das werde ich wohl nicht so unbedingt bekommen. Hm. Das ist doof. Naja, hier brauche ich nicht so viel machen. Ich könnte nur ein bisschen von denen mitnehmen. Von den Shrooms. Um zu hoffen, dass ich da noch ein paar von den anderen finde. Die gibt es ja hauptsächlich im Nether und unterirdisch. Aber da können wir vielleicht ein bisschen was anpflanzen. Und dann nehmen wir die mit und dann schauen wir halt mal. Zehn Stück. Stimmt, wenn wir einen Mushroom finden würden. Nein, wir werden wahrscheinlich keins finden. Die Wahrscheinlichkeiten sind so gering, dass man einen Mushroom Biome findet. Vor allem mit einem random Generated Seed. Manchmal kann natürlich, äh. Es wird einfach, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, Vorschau von Seeds zu haben. Da stellt man ein paar zufällige. Irgendwann hat man dann einen, der passt. Oh, da ist ein Mushroom Biome. Da ist das, da ist das. Und dann kann man das nutzen. Da ist ein bisschen Berg in der Mitte. Und da ist das ein riesiges Loch. Egal wie, das muss geändert werden. Das kann ich so nicht haben. Das macht mir so ein riesen Loch da rein. Da ist eine riesen Höhle. Mit einem Piggy. Ja. 3 Attack Damage ist natürlich deutlich schwächer als mein Schwert. Hihi. Ich glaube ein Eisenarzt müsste ungefähr den Schaden von einem Steinschmeld machen. So, da vorne sind meine Sachen. Ich sollte irgendwann mal einen Wegpunkt machen. Das ist nämlich nicht total für ihr. Aber, ja, ist eigentlich nicht. Wir haben keinerlei Schafe gefunden, was schade ist. Ich sollte trotzdem mal ein paar Leaves mitnehmen. Einfach nur, dass ich welche habe, wenn ich sie brauche zum Bauen. Die eignen sich nämlich gut als Dekoration. Aber einen Baum, die lieft. Das muss reichen. Sonst verblendet ich zu viel von meiner Schere im Moment. Aber wie viel haben wir? 57. 58, 59, 60, 61, 62. Zwei Stück noch. Sehr gut. Dann haben wir einen Stack. Das sollte reichen. Und dann könnte ich mich langsam mal darum kümmern, dass ich erstens das Glas einsetze. Zweitens die Dinger einsetze ins Haus. Und dann fehlt noch das Dach. Und dann passt das. Dann haben wir wieder ein klassisches 9x9. Nur mit ein bisschen mehr Deko. 2, 4, 6, 12 und 15 sind... Nicht 15, 10. Ich habe jetzt mal überlegt, ob es reicht, aber es sollte ausreichen. Ja. Das heißt, wir können natürlich hier auch mal so machen, so machen. Aber das war falsch. Hier kommt das hin. Kommt die nächste Säule hin. Hier kommt eine Säule hin. Hier kommt eine Säule hin. Da kommt eine Säule hin. So, jetzt kommt das hier. Weg. So geht das hier weg. Ich muss unbedingt mal auf Stein extra ausweichen. Naja, habe ich irgendwie mal erwähnt, wie man diese Anzeigen hat. H und F3. Dann sieht man diese Werte von den Dingen. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich finde das eigentlich recht praktisch. Ähm. Ah, ich habe noch ein Stück Glas irgendwo. Egal. Das Loch zur Hölle. Oh, da ist ein Loch. Das kann ich nicht haben. Äh. Dann bräuchte ich mal ein paar Leitern. Einfach, dass ich aufs Dach hochkomme. Dann nehme ich mal alle. Und wenn ich die alle habe, kann ich natürlich das machen. Ich habe 18 Leitern. Das reicht. Jetzt kann ich mich mal aufmachen, dass ich draußen. Das ist nicht die Position, wo ich es haben will. Hier hoch mache. Ich werde später noch ein bisschen was anderes machen damit. Aber dazu. Sobald wir soweit sind. Eins. Ich hasse Sideways Logs. Ihr werdet sehen, dass ich die Sachen trotzdem mit den Horizontalen machen werde. Oder ich werde das komplett hier mit Horizontalen füllen. Wenn das bedeutet, dass ich erstmal jede Menge Erde brauche. Oder Kabel oder sowas, die ich nachher wieder wegnehme. Wahrscheinlich werde wir Erde das sinnvollere. Oh. Und ich sollte zurück meine Felder bewässern. Sonst kriege ich da nämlich Probleme. Und die will ich ja im Normalfall doch eher vermeiden. Da hin, da hin, da hin, da hin. Ja. Bisschen verschwenderisch, aber das kümmert mich nicht. Oh, da ist eins, das nicht gewässert ist. Okay. Ich hoffe, dass wir demnächst mal irgendwas Essbares bekommen. Die anderen sind zwar gut, aber naja, nicht unbedingt das, was ich als langhaltbar bezeichnen würde. Es dürfte zwar eine Weile reichen. Wenn ich jetzt mal in den Ofen gehe, die Sachen da reinhau. Ähm. Ich wünsche Kohle. Ebenfalls dazu. Dann haben wir schon mal ein bisschen Wasser. Das kommt nach oben rein. Äh. Das kommt nach unten. Genau so. Das und das. Oben, oben. Mitte, Mitte. Die Leitern werde ich mir gleich mal überlegen, was ich damit mache. Und wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns dann. See you. Und bye, bye.